Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video meine Freunde und heute ein ganz interessantes Thema, denn heute erfährst du, welche Werbeanzeigenform auf Facebook perfekt geeignet ist, um T-Shirts zu bewerben. Ja, das ist unser Ziel für dieses Video, gebt gerne einen Daumen hoch, falls euch das Video am Ende gefallen hat und unter diesem Video ist ein roter Button, dort könnt ihr auf Abonnieren klicken, völlig kostenlos und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Welche Werbeformen gibt es eigentlich auf Facebook? Ja, das grundsätzlich, dass ihr euch jetzt nicht wundert, mein Facebook ist auf die US-amerikanische Einstellung, ja, auf die US-amerikanische Sprache umgestellt. Also dieser Facebook-Account muss ich dazu sagen, ich habe nämlich zwei und ja, deshalb kann das jetzt ein bisschen von euch abweichen. Also grundsätzlich seht ihr ja hier erstmal drei Arten, ja, da gibt es halt verschiedene Sachen. Also es gibt insgesamt, es gibt eigentlich zwei Werbeformen, die für T-Shirts relevant sind. Man könnte hier zum Beispiel Traffic auch noch nehmen, das ist Webseiten-Traffic, das heißt, damit kannst du Traffic auf deine Webseite leiten. Direkt bietet sich, machen manche, aber ich sage mal, das ist eigentlich nicht das, was funktioniert, also nicht das, was am besten funktioniert. Nämlich das, was am besten funktioniert, das Poach-Engagement, ja, auf Deutsch Beitragsinteraktion, ja, das heißt so viel wie, ja, Beitragsinteraktion, Likes und so weiter und so fort, das spielt alles damit rein. Ein Engagement ist ja praktisch das, was auf dem Post passiert und deshalb ist Post Engagement eine der besten Varianten, denn Post Engagement heißt praktisch auf Deutsch, ihr habt hier so einen Beitrag und habt dann hier euren Link und das wird so angezeigt. Ja, ihr habt hier ein Bild, so wie hier in dem Fall und dann kann der Kunde hier auf den Link klicken und kommt dann praktisch auf eure Seite, zum Beispiel auf teaseli oder teespring.com. Und warum heißt das Post Engagement oder warum, was ist das Spezielle an Post Engagement? Post Engagement bedeutet einfach nur, dass viel, viel Traffic auf deinem Beitrag ist, das heißt, viele Leute im Optimalfall liken das Ganze, teilen das Ganze und kommentieren das Ganze, ja. Das heißt, ihr habt Bewegung, das heißt, ihr bekommt Social Proof auf euren Beitrag, ja, wenn jemand den Beitrag sieht und der hat schon 1000 Likes, dann ist das natürlich was anderes, wenn der den sieht und der hat vielleicht 2 Likes, ja. Dann ist das viel, viel relevanter für ihn und das nennt man Post Engagement, ja, deshalb heißt es auch auf Deutsch Beitragsinteraktion, weil das alles hier zusammenzählt. Da 10 Shares zusammen, da 10 Likes zusammen und da 10 die geteilten, äh, quatsch die Kommentare mit zusammen. Das ist ultra wichtig, dass man das versteht, ja. Post Engagement heißt praktisch, dass auf eurem Post Bewegung ist und, ähm, das führt gleichzeitig zu Social Proof. Und mit Post Engagement könnt ihr sehr viel verkaufen. Da gibt es auch keine, äh, da könnt ihr auch noch mit einer Zielgruppe von einer Million verkaufen, ja. Post Engagement funktioniert auch super ab einer Zielgruppe von 2000. Also ich würde generell nichts unter 2000 nehmen, ich würde ab 2000 anfangen. Da kann sich das schon lohnen und das definitiv, wenn ihr den Nerv der Zielgruppe trefft, habt ihr hier viel, viel Bewegung und das ist sehr, sehr gut, ja. Das heißt, ähm, Post Engagement kommt definitiv für euch, ähm, ja, in Frage. Es gibt, das fällt halt in die Kategorie wie Page Likes, ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Likes für eure Facebook Page sammeln wollt, aber auch Video Views. Video Views ist so eine Sache, die wird in Zukunft immer wichtiger werden, weil, ähm, Videos natürlich eine sehr hohe Interaktionsrate haben. Das nutzen auch mittlerweile schon welche, um zum Beispiel Werbung für ihren Shop zu machen, aber grundsätzlich, ähm, hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Also da muss man immer noch ein bisschen rumprobieren, aber klar, Video Views wird definitiv in Zukunft kommen. So, die zweite Form, die, ähm, ja, äh, sag ich mal, wichtig ist fürs T-Shirt Business sind die Website Conversions. Das ist eine völlig andere Anzeigenform. Website Conversion, ähm, ich würde euch gerne mal eine Anzeige zeigen, also grundsätzlich sieht die dann wahrscheinlich so aus, ja. Das können zum Beispiel eine gute Website Conversion Anzeige sein, denn ihr habt halt nur 9 Likes, also ihr habt auf eine, auf eine Conversion Sache habt ihr immer wenig Likes, weil ihr auf ein bestimmtes Ereignis optimiert, ja. Website Conversion heißt nämlich, ihr optimiert zum Beispiel auf, ähm, ein Facebook Ereignis. Das kann zum Beispiel sein, nur Klicks auf den Link. Das kann sein, ähm, in den Einkaufswagen hineinlegen. Das kann sein, auf den Kauf, ja. Bei Website Conversion sucht Facebook praktisch von den, von deiner Zielgruppe die Leute raus, die schon mal dieses Ereignis, das du ausgewählt hast, durchgeführt haben. Zum Beispiel ein Kauf oder zum Beispiel ein Warenkorb, äh, Eintrag. Und somit sucht er die raus als erstes und spielt denen als erstes die Anzeige, äh, ja, die Anzeige aus. Und danach kommen erst die anderen. Deshalb ist Website Conversion auch sehr speziell. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt gehört, das Website, ich arbeite nicht so viel damit, ähm, bei mir hat es auch schon funktioniert, aber du kannst auch sehr viel Geld verbrennen, weil du am Anfang, du musst schon, bei Website Conversions brauchst du schon deine 5 Euro, um überhaupt was sagen zu können. Bei Beitragsinteraktionen, also bei Post Engagement, kannst du nach einem Euro oder zwei Euro schon was sagen, ja. Das heißt, das ist der Unterschied, die Conversion Anzeige wird deutlich mehr Geld kosten. Ähm, man muss aber dazu sagen, gerade bei größeren Zielgruppen kann das schon zum Erfolg führen, ja. Ihr braucht auf jeden Fall eine große Zielgruppe, wo ihr viele Menschen habt, weil Facebook braucht sehr viele Daten dafür, logischerweise. Und deshalb bieten sich dafür einfach größere Zielgruppen an. Hier muss man halt wissen, hierfür braucht ihr auf jeden Fall 5 Euro. Ja, mit 5 Euro solltet ihr starten und hier würde ich immer mit 1 oder 2 Euro starten, weil dann seht ihr sofort die Zahlen und könnt danach entscheiden. Ich persönlich arbeite aktuell nur mit Post Engagement, weil ich einfach diese Anzeigenform zur Perfektion bringen will und dann konzentriere ich mich vielleicht irgendwann mal auf Conversion. Aber, ähm, das erstmal dazu, ja. Das heißt, ihr müsst damit leben, dass ihr auf eurer Conversion Anzeige wenig Likes haben werdet. Viele machen das auch so, dass ihr einfach erst, ähm, die, ja, PPE-Sache schaltet, äh, schaltet, das heißt die Page Post Engagement Anzeige. Dann sammeln sie sehr viele Likes und dann kaufen schon Leute und irgendwann schalten sie eine Conversion Anzeige auf diesen Beitrag dazu und haben dann natürlich dann den Social Proof, ja. Das muss man einfach mal wissen, ähm, da muss man einfach ein bisschen rumprobieren, aber das sind definitiv die beiden Anzeigenformen, die am besten funktionieren. Denn, ähm, wie gesagt, viele Leute nutzen auch diese Webseiten-Traffic, aber auch, ich finde, das macht nicht viel Sinn. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist jetzt, ich weiß nicht, hätte, also bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, boah, damit ist er besser gefahren als mit Post Engagement. Also, die beiden kann ich euch empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video weiterhelfen, welche Werbeanzeigenformen ihr verwenden könnt. Und, ähm, ja, achtet einfach darauf, dass ihr bei größeren Zielgruppen vielleicht Website Conversion mal nehmt und dass ihr einfach generell immer Page Post Engagement nehmt und, ähm, dann vielleicht auch mal eine Website Conversion dazu schaltet. Man muss das immer so ein bisschen rausfinden, aber das sind definitiv die beiden, die am besten funktionieren für das T-Shirt-Business. Gut, Leute, dann wäre das Video schon rum und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Denkt dran, unter dem Video ist ein roter Abonnieren-Knopf, äh, wo ihr völlig kostenlos abonnieren könnt. Bis dann, ciao.